Ich hoffe, ihr hattet bisher einen guten Tag, denn der Tag ist ja durchaus vielversprechend, was die Indizese angeht, zumindest mal die Erwartungshaltung nicht so schlecht. Ich habe hier sogar noch eine alte Zeichnung, was heißt so alt ist er gar nicht, sondern eine relativ frische Zeichnung zum Nasdaq. Fangen wir mal heute ganz eigenartig mit dem Nasdaq an, denn wenn ich ehrlich bin, den finde ich am schicksten von allen. Denn nicht nur, dass wir hier im Großen ja das Bild haben, ich mache es noch mal so ein bisschen klein hier im 4-Stunden-Chart, dass wir hier einen Anstieg hatten vom Tief, das war der erste, nein, der 4. Oktober hier, also schon eine olle Kamelle, also dieses große Bild hier, dann hatten wir hier dieses typische ABC-Korrekturmuster, ist auch niedrig genug mit Erwartungshaltung, dass wir ja durchaus Platz nach oben haben. Aber wir haben das gleiche auch noch mal in klein, was ich sowieso ganz hübsch finde, nämlich hier eine Bewegung seit dem Tief, wann war das? Kurz vor Weihnachten, 20. Dezember, schöner Anstieg nach oben, aktuell eben in der Rücksetzerphase und die Erwartungshaltung, dass ich das doch noch mal ordentlich nach oben fortsetzen kann. Also sehr, sehr gute Voraussetzungen eigentlich für einen deutlichen Anstieg, der allerdings noch nicht getriggert ist, das muss man ganz klar so sagen. Ein typischer Trigger ist ja immer das Zwischenhoch der Korrektur, das wäre jetzt hier das Hoch vom 4. Mittags, 4. Januar mittags. Das wäre durchaus, ja, passend, was einen möglichen Einstieg da angeht. Fände ich hervorragend, wenn der Kurs das triggert. Das Doofe ist nur ein bisschen arg weit weg, können wir da nicht schon früher reingehen. Wir sind jetzt hier so halbwegs in so einer, ich sage mal, Clusterzone, wobei so eine sehr Hardcore-Cluster-Marke, also Cluster ist immer aus verschiedenen einzelnen Marken hier, eine einzelne Marke dreht den Kurs ja nicht. Ich gebe mir zu, auch fünf Marken drehen den Kurs nicht, aber wenn mehrere Marken eng beieinander liegen, steigt zumindest mal die Chance, dass mehr Leute das sehen, mehr Leute darauf reagieren und dementsprechend dann der Kurs tatsächlich eine Chance hat, sich umzudrehen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die wir jetzt aktuell haben. Wenn ich hier im Nahkampfchart mal gucke, muss ich allerdings dazu sagen, ist das einigermaßen noch übersichtlich, was wir hier sehen, denn die Aufwärtsbewegung, alles das, was wir hier hatten, also der Teil war ja noch ganz hübsch. Bis dahin, drehen wir mal die Zeit ein bisschen zurück, hätte man sagen können, oh geil, guck mal, wir sind bis dahin gefallen. Jetzt ein wunderschöner Anstieg, wenn er jetzt wackelig runterkommt in unseren Lieblingsbereich. 38, 20, 61, 8, irgendwie so da rein, dann hätte ich sowas von gekauft. Weil das ist das klassische Bild, was wir eben gerne haben. Jetzt ist der blöde Hund allerdings nicht so gelaufen, wie wir uns das gerne vorstellen. Nämlich, er ist sehr weit runtergelaufen, sehr, sehr weit runtergelaufen. Und wenn das so weit ist, müsst ihr euch immer vorstellen. Und noch dazu, ja, vielleicht dreiwellig, aber wenn er so weit runterkommt, ist das immer ein Zeichen, warum lässt er sich so viel wieder wegnehmen von der, von dem tollen Anstieg? Ist das wirklich noch eine gute Stimmung? Für mich ist das immer so der Lackmustest. Wir haben ja gesagt, hier 38 bis 61, 8, also ungefähr bis in diese Zone. Das wäre hier der Klassiker, wo der Kurs eben hinlaufen sollte. Wir sind aber drunter, da würde ich noch sagen, okay, aber wir sind bis zu 78, 6er. Und das ist für mich so der Killer, wo ich sage, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Also insofern meine Erwartungshaltung, was das angeht, ein bisschen gedämpft. Und tatsächlich ist das, was wir hier seitdem bekommen haben, ja auch nun sehr korrektiv gewesen. Also überhaupt keinen Anlass, hier jetzt einzusteigen. Und der Kurs ist ja nochmal sogar tiefer gegangen. Das wiederum finde ich eigentlich ja gar nicht schlecht, wenn er tiefer geht. Denn dann haben wir einen neuen Startversuch. Jetzt gucken wir uns mal den neuen Startversuch an, aber der war ja auch mehr oder weniger blöd. Ebenfalls wieder starker Rücksetzer. Also noch sind die Marktteilnehmer nicht da, wo wir sie gerne hätten. Nämlich in dem Sinne, jetzt geht's los. Das ist offensichtlich hier noch nicht der Fall. Weil das hier nicht der Fall ist, ist das für mich noch zu früh, um hier in eine Longposition einzugehen. Worauf warte ich jetzt? Dass wir irgendwann mal, vielleicht sogar von noch einem tiefer, das weiß ich nicht, aber wäre vielleicht gar nicht so schlecht, von einem Startpunkt einen echten Schub haben, so ähnlich wie der da. Und anschließend dann eine Korrektur. Machen wir mal diese Fibus weg, die sind ja obsolet schon. Dass wir dann einen Rücksetzer haben, hier so in dem mittleren Bereich. Und dann brauchen wir auch nicht zu warten, dass der Kurs da drüber geht, sondern dann haben wir den Einstieg eben schon hier, zum Beispiel über diesen Zwischenhoch. Oder wenn das nur eine A, B, C ist, dann zum Beispiel über diesen Zwischenhoch hier. Also ihr seht, das Bild ist eigentlich ganz einfach. Er muss es nur machen. Das Schöne ist, hier sagt er, nee, ich traue mich noch nicht. Ich kann noch nicht. Ich will noch nicht. Also noch nichts zu tun. aktuell. Also Nasdaq gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im aktuellen, in so dieser letzten Instanz fehlt da noch was. Insgesamt bin ich sehr guten Mutes, aber der Teil fehlt noch. Der S&P ist grob ähnlich unterwegs, allerdings hier insgesamt auch noch ganz schön, sagen wir mal, hässlich. Ich weiß, das ist für viele doof. Na, du musst doch jetzt eine Entscheidung fällen. Gehst du long oder short? Viele gehen ja auch an den Handel ran und sagen, jetzt sitze ich heute Nachmittag hier. Jetzt muss ich auch was traden. Aus meiner Sicht eigentlich eine völlig falsche Einstellung. Es sollte eigentlich eher sein, jetzt sitze ich hier. Wenn wirklich was Gutes kommt, nutze ich das. Wenn nichts Gutes kommt, mache ich natürlich nichts. Also fühlt euch nicht gezwungen. Ich weiß, man ist häufig konditioniert von der Arbeitswelt, von der normalen Welt. Oh Gott, oh Gott, ich werde dafür bezahlt, dass ich hier irgendwie Aktivismus zeige. Beim Traden wird man nicht für den Aktivismus bezahlt, sondern für ordentliche Trades. Das heißt, wenn da irgendetwas buchstäblich unordentlich ist, dann eben ist das nicht sinnvoll, das umzusetzen. So, auch Dow Jones ist nicht so der Burner aktuell. Wir sehen zwar eher die Aufwärtsseite, wir sehen das hier und dann hier wieder wackelig, eher die Aufwärtsseite noch, aber so ein bisschen scheint ihm auch so die Lust und die Luft auszugehen, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht steht dann da die Pause noch an. Ich rede ja nicht von einer Riesenpause, nicht, dass sie das fehlinterpretiert, aber irgendwie so ein bisschen Rücksetzer fände ich jetzt ja auch nicht schlimm. Ob das jetzt schon passiert, kann auch sein, dass es noch ein bisschen höher erst geht. Alles okay, alles safe. Short steht im Moment nicht an, aber wir müssen damit rechnen, dass sowas passiert. Also seid nicht zu freigebig mit dem Stopp, wenn ihr das nicht aussitzen wollt oder könnt. Also das ist ein, wie ich finde, wichtiger Punkt. Beim DAX, schließen wir mal diesmal mit dem DAX, ist es eigentlich genauso, dass wir noch auf diesen Rücksetzer warten. Der Markt super toll unterwegs, das kann man nicht anders sagen. Also null Schwäche, was wir hier haben. Schöner Anstieg, hier war mal eine kleine Pause, vielleicht war hier so eine sehr kurze Pause. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das bewerten soll. Ist aber völlig wurscht, weil entweder warte ich jetzt auf diesen größeren Rücksetzer oder ich warte darauf, dass ich hier im Kleinen irgendwelche Rücksetzer kriege, dass ich dann in 15 Minuten oder 5 Minuten Schad oder was weiß ich was hier an solchen kleinen Knubbeln hier irgendwie reinkomme und sage, komm, ein bisschen was geht noch, dann nehme ich noch mal ein bisschen was mit. Also das ist so in etwa das Ding. Also das Highlight des Tages ist wohl der Nasdaq. Das heißt noch nicht unbedingt in der Bewegung, aber in der Voraussetzung für eine sinnvolle Trading-Idee. Es kann natürlich trotzdem sein, dass der Kurs nach unten wegfällt. Also es ist nicht unmöglich, dass das passiert. Nur das ist nun ganz schlecht verwechselbar mit sowas, was wir hier brauchen für einen Anstieg. Also ist die Verwechslungsgefahr nicht ganz so groß. Das heißt, die Chance hier völlig falsch zu liegen und da eine Trading-Position aufzumachen, vielleicht nicht super groß. Wir bleiben dran. Wir werden uns das angucken. Ich wünsche euch die richtigen Entscheidungen auf jeden Fall mal. Euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis bald.